so den muss ich weghauen genau dann kann man da wieder ein stein reinsetzen wenn man den einen hätte so genau und dann geht es hier weiter und die frage ist wohin also eigentlich darüber und dann hier runter weil es geht ja darunter und dann ist da hinten die treppe aber das sollte ich vorher probieren also ich will quasi auf dem niveau da hinten sein dann will ich hier hoch und dann will ich dann bogen laufen also versteht ihr was ich mein so ich will quasi auf dieses niveau kommen dann kann ich ja hier runter laufen darüber oh gott Habe ich mich jetzt gerade selber irgendwie veralbert? Versuche ich gerade Punkt A mit Punkt A zu verbinden? Ich glaube es nicht, ne? Okay, ich finde schon wieder nix mehr. Die Höhlen sind echt bitter. Wenn man da mal ein Wäldchen drin rumläuft, dann ist das echt übel. So, da wollte ich hin, genau. So, und hier wollte ich aussteigen. Und dann wollte ich ja darüber... Okay, ne, ich bin ja da runter, um rauszufinden, wo ich denn lang muss. So, und ich müsste ja da lang. Und wenn ich dann hier bin, müsste ich da runter. Genau. Ne, das ist alles in Ordnung. Das heißt, hier komme ich runter, das heißt, hier habe ich die Plattform. Das ist alles okay so. Dann würde ich hier wirklich sagen, eins, zwei. Der kann weg. Zwei, drei. Eins, zwei. Zack und drei. Und der kann dann da rüber. Da und da. So. Und dann fängt es ja hier schon an. Also, und dann würde ich ja hier zumachen müssen. Ähm, mit dir vielleicht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack und zack. Und dann haben wir hier den Spaß zu. Dann würde ich den Spaß ja hier so machen. Genau, dann kommt man nämlich hier so schön durch. Vielleicht würde ich dich noch wegmachen. Siehst ein bisschen natürlicher aus dann. So, dann kommt man hier durch. Hat man hier seine Treppenwitze, über die man sich hochhangelt. So, und dann würde ich ja persönlich immer da lang gehen. Aber wir jetzt in diesem Fall. Da ist ja Sackgasse. Da muss ich nicht weiter. Wir jetzt in diesem Fall. Wir würden uns hier lang hangeln. So. Du kannst dann weg. Und 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 du kannst dann weg. Repetitive Aussagen. Repetitive Aussagen. Repetitive Aussagen. Repetitive Aussagen. Repetitive Aussagen. So, habe ich eigentlich schon so gesagt. Nö. Wie auch immer, wir bauen jetzt die Treppe eiskalt nach da oben und dann kommen wir nämlich wieder in diesen Höhlenabschnitt. So, das wird hier ja dann geradeaus weitergehen und wir sind da einfach wirklich eiskalt und brezeln uns da durch den Stein durch, bin so froh, dass das Dach über mir offen ist Das ist schon wieder der Vollpfosten. So. Alles klar. Okay. Okay. Dann wären wir hier und dann wird es ja da hochgehen. Okay. Tschüss. Okay. Also, da wären wir hier auf jeden Fall auf einem Niveau. Dann würde ich dich darüber tun, also das wäre ja dann quasi so. Also, wir kommen da ja hoch und dann eins, zwei, drei. Ich will die auch noch weg haben. Wir essen mal wieder ein bisschen was. Okay. Und dann können wir ja hier rein, dann können wir hier rüber. Und dann können wir eigentlich hier wieder hoch. Und dann könnte man theoretisch sagen, zack, 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 zack. Okay. Wir bauen 3. Wir bauen, äh, der darf bleiben. So. Wie gesagt, wir kämen näher da rüber. Genau. Würde ich hier sagen, zack, 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 zack. Und dann könnt ihr nochmal da hin. Dann sage ich hier nochmal, zack, 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 zack. Dich haben wir. Dich haben wir. Dich haben wir. Dich haben wir. Wie oft könnte ich jetzt zwölfmal? Das reicht mir aber schon. So. Und da müsste ich auf jeden Fall Licht hinbringen. Ein bisschen Licht ins Dunkel. So. Und hier wäre auch wieder ein bisschen Licht im Dunkel. Da hinten könnte man eigentlich auch fast einen Durchbruch machen, wenn wir das wollen. Ja, toll. Da wollte ich eigentlich nicht, dass das so läuft. Das macht mir jetzt aber erstmal keinen großen Ärger. So. Laufen wir halt quasi hier hin. Dann würde ich sagen, bam. Und dann würde ich hier sagen, Licht. Dann würde ich hier sagen, nee, den wollen wir mal lassen. So. Du und du. Dann bist du weg und du weg. Und du bist irgendwo weg. Und du bist weg. Und du bist weg. Und du kannst auch weg. Und du sowieso. So. Und dann wären wir eigentlich hier schon wieder bei Bausteinen. Nämlich dir. Zack, 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 zack. Ja, ja. Schnauze. Ähm. Wir bräuchten wieder. Dichter. Und dann sagen wir hier du, du und du. Du. Genau. Und theoretisch können wir dich jetzt hier nämlich zumachen. Dann haben wir hier auch wieder ein Niveau erreicht. Naja, das wollte ich nicht. Denn dann können wir da hinten nämlich auch wieder reinlaufen. Und den Spaß zumachen. So. Genau. Dann brauche ich hier wieder eine Fackel. Und vielleicht da auch eine. Schnauze, ey. Da wieder eine Ratte? Ja. Wahrscheinlich. So. Okay. Und dann wäre das hier. Also. Das wäre ja eins, zwei, drei. So. Und dann müsste ich mal von da oben gucken. wie das hier eins, zwei, drei wäre. Also hier wäre das ja noch eins, zwei, drei. Hier wäre es auch eins, zwei, drei. Genau. Hier wäre eins, zwei, drei. Da wäre eins, zwei, drei. Und da hört es schon auf. Okay. Okay. Hier wäre ja eh für mich die Geschichte. also. Das wäre dann so. Oder so, so und so. Aber das reicht ja auch noch nicht. So, so und so. Brauche ich dich. Sieben dazu. Na. Du kommst da weg, bitte. Das ist eigentlich gerade ganz praktisch. Okay. So. 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 Das wird auch hinkommen. Kann man ja da einen reinsetzen. Dann wäre das so. 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 Ach, Maus. Da kriegst du immer schier einen Herzinfarkt, wenn du so Geräusche hörst. Es kann halt jederzeit irgendwas sein. Okay. Machen wir den weg. Machen wir den weg. Oh, das ist dann in Ordnung. Und dann hätten wir sie ja. Schon fast wieder. Also das wäre ja dann passend. Sogar ein bisschen noch mehr. So. 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 Und so. So. Das sieht natürlich jetzt alles nicht so ganz so sexy aus. Aber immerhin. So. Aber immerhin. So. So. Wir nehmen natürlich den mit. Wir nehmen den auch mit. Wir nehmen den sowieso mit. Und dann müssen wir den hier noch mitnehmen. Gibt es da noch einen? Ja. So. Und den da. Dahinter nicht mehr. Was mit dir? Können wir hier eine Fackel irgendwo hinsetzen. Da zum Beispiel. Okay. Das sieht erstmal gut aus. Äh. Da natürlich noch. So. Warum habe ich das vorher so komisch gemacht? Eigentlich. Wieso gehe ich von unten nach oben? Weil ich wissen will. Ob der Raum reicht. So. Jetzt weiß ich. Er reicht. Zumindest prinzipiell. Okay. Das heißt. Ich kann jetzt hier auch wieder. Einen Klotz hinsetzen. Also. Ich muss wissen. Ob der Raum. Dass ich halt von unten die Treppe hochlaufen kann. Auf der einen Seite will ich wissen. Dass es bis oben hinkommt. Dass ich da nicht irgendwo im Nirvana lande. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch wissen. Ähm. Dass ich. Oh Mann ey. Also. Die Steinmonster. Die gehen mir echt auf den Zeiger. So. Dann kann ich hier die 7. Mal von mir aus die 7 reinhauen. Und jetzt bin ich schon fast an der Kante. Damit habe ich das Lied auch schon fast geschafft. Was auch immer der jetzt von dem Lied faselt. Scheiße. Das wollte ich nicht. Aber es ist egal. So. Und dann wollte ich da ums Eck. Und dann zurück. Das heißt. Hier müsste ich E3 rein. Warte mal. Es wäre ja dieses Niveau. So. Genau. Und noch einen. Könnten theoretisch auch noch einen rein. Aber das würde ich jetzt nicht machen wollen. Ja. Ich müsste es dann ja eh angleichen. Also. Den nehmen wir natürlich mit. Dann gehen wir den da noch rein. Damit wir die Ding eben haben. Aber. Wie gesagt. Ähm. Den muss ich ja eh angleichen. Ach. Das passt ja sogar. Ist ja faszinierend. Ja.